Hallo und herzlich willkommen zum e-Tutorial Wie füge ich meiner Literaturliste Mitarbeiterinnen hinzu. Sie befinden sich in Ihrer Übersicht für alle von Ihnen erstellten Leganto Literaturlisten. Wählen Sie die gewünschte Literaturliste per Mausklick aus. Auf der rechten Seite finden Sie nun eine Navigationsleiste mit mehreren Reitern. Klicken Sie auf den Reiter Mitarbeiterinnen. Hier sehen Sie Ihren eigenen Account aufgelistet und gehen nun auf Mitarbeiterinnen verwalten. Ein Pop-up-Fenster öffnet sich und Sie können nun nach der gewünschten Person suchen und diese eine Einladung zukommen lassen. Aber Achtung! Personen, die nicht an der TU studieren, müssen vorerst zumindest einmal die Leganto-Verknüpfung in ISIS aufgerufen und die Maske zur Registrierung ausgefüllt haben. Dies gilt auch für Mitarbeitende der TU. Die nötigen Daten werden automatisch an unser Bibliothekssystem übermittelt und Sie können die Person als Mitarbeiterin im System finden und hinzufügen. Die Penhung! Die Penhung! Die Penhung! Untertitelung des ZDF, 2020